so hello wir reden ja sowas was würdest du sagen wenn er doch nicht gestorben ist warum das ist die das ist ja die sache dass er quasi wird dann zu the bad batch und das ganze serie deswegen an sich ich meine die letzten drei oder naja eigentlich reichen die letzten drei oder vier folgen einreichen sie nicht du musst ich glaube die ersten zwei folgen könntest du überspringen aber danach also du wirst es musste ja gut und die letzte folge will ich mit dir zusammen sind weil usern glaubt mir dass du wirst und feit sehen der ist wenn nicht sogar also das ist safe top 3 feit aller zeiten auf star wars und wenn ich sogar noch besser als der von obi-wan und anakin also ok also ihr hört es auch gerade ne ja gut ich glaube wenn wir star wars und zusammen die wissens ähm sie kommen aus diesen sieben fight zwischen ahsoka und sag ich jetzt nicht ob drei falls aller zeiten auf jeden fall ach so ich glaube ich weiß schon worum es geht was kennst du den fight ja ja ich glaube ja wo sie finden sagt man auch hinter uns hinter uns aber oben hin so habe ich kann ich sagen immer noch um hin so immer noch oben immer noch um hin so ja ich versuche da hoch ihn weg zu pushen sie war stark geil 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 von mir habe ich gepusht haben wir das wollen wir ein oder das sind sehr gut vertrieben größer das macht ja keine ahnung ich wurde gewandt immer noch durch diesen charakter one hits dürfen in diesem spiel nicht existieren ja und ist für normale charaktere deswegen so wird ja aber nicht von hit ist one shot one hill sondern 5 war so ist hat alles gegeben ich war auch bei dir aber konnte ich nicht hier weil du sie dich genau falsch hingestellt hast wird es einfach nicht rechts lang gehen müssen zum medipack und zurück ich kann eigentlich echt gut leben eigentlich daher ich sag mal so aber ja headshots tun weh hallo warum war da hinter euch gute dps haben augen nicht mehr schon aber wir werden wir zeigen wollen du so nicht hast du einfach hast du hoffentlich auf aufnahme ja wir sind einfach besser auf jeden fall hat der maul besser überhaupt nicht mit meiner ult geschafft ja ja aber er ist in pay to win skin ja ich weiß stark lucio oder du bist ja ganz allein ne ich wollte den soldier wegpicken habe ich ihn auch gut er belegt er wird er schon der schulme schon der schulme hallo besten der schulme 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 ich weiß ich bin weg ich bin weg ja ja also war ich kaum nicht weg wir müssen das ist ein halbes und er hat also das ist der top ihr gehabt ja ich Was macht der Lucio? Warte Alter, unser Bestchen, ne? Ich report den gleich Der fackt mich nur noch mal ab Wie hat der noch 1, 2 Schaden? Der müsste viele zu Hardcore Oh damn, Primary Unser Lucio wurde fast gesolo ulted Was hast du für Primal, Alter? Das ist der schlechtste Primal, den ich je gesehen habe Unser Lucio wurde eigentlich gesolo ulted Na, ha, wir haben rausgejumpt Nice Kimiko Low, Kimiko Low, Kimiko One Hab ich Ich glaube Messi, perfekt, haben wir Hanzo hat aufgegeben Er hat auch aufgegeben Der aber Was war unser Bestchen eigentlich auch beruflich? Gute Frage Vielleicht dasselbe wie Jonathan Wer ist jetzt Jonathan? Wer ist jetzt Jonathan? Na, wer ist jetzt Jonathan? Wo ist Winston? Bei euch hinten, oder? Ähm, äh, ich hab' nicht gesehen Bashin, komm zurück, Alter, Bashin Ey, er bleibt aber auch stehen Er sagt, er braucht Heilung und bleibt stehen Ey, wirklich nicht Oh, das ist die Bilder Oh, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht Oh doch doch, 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 doch Oh, äh Ich wurde um Drachen gesleebt Nein, ey Ich wurde um Drachen gesleebt, doch Ja, ohne, ich hab' natürlich mehr zerkassiert Ja, er wirklich löscht Diese, löscht diesen Charakter Er ergibt keinen Sinn Das hat nichts mit dem Skill zu tun, um One-Shotten zu können Einfach, einfach, einfach vorwärts Der, der ein Tank ist so schlecht Der ein Tank ist halt Wieso liegen wir hinten? Ich weiß nicht Oh, Anna, 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 Anna Aber, ja Cover? Ich hör' Ich hab' da kurz gestrackt, perfekt, pass' Auffasst nicht, dass du gleich einen Head-Truck hast Nö Sehr gut Wie hättest du das überlebt? Möchtest du absolut One, Dankeschön Sehr schön Ja, oh, ich brauch' Hilfe, ich brauch' Hilfe Ich brauch' Hilfe, ich brauch' Hilfe Hallo, danke schön, perfekt Haben wir beide Auch, auch wenn er Anna, Anna ist low Lol, Anna ist low Anna war los Anna ist hängen Anna ist hängen geblieben Also Also auch ein Ja, du weißt schon, wie du meinst Ja Ehm Ehm Nicht Nase kratzen Nein, nein Moment Der hat geultet Unser Bestes Nein, deren Bestes Nein, deren Bestes Aber die haben oben gekämpft Oh no Aua, das tut weh Er wusste, wo ich bin, wo du mich bist Das hat mir tot, das hat mir tot Das hat mir tot Er wollte, er ist auf mich gegangen Das hat mich gebetet Schade Ja Ich wusste ich das aber dir ist Ich wusste ich das aber dir ist Ich wusste auch nicht, dass er mir folgt Und der ja Wie viel Schaden macht er mit Namen, du wust? Ja, hab ich auch gespürt Das hat mir Ich hab auf jeden Fall über 130 AP verloren Ach man, ein Drachen ist immer so gemein Ich komm nirgendwo anders hin Komm Rinson, spring hier rein Face me Okay, face me Nein, mach doch nicht Mach doch nicht, bitte Ach ne Ach ne Unser ist heute Roku one-hitted Hab ich im 4K gesehen Die haben keinen Akiriko, ne Das ist gut Rinson haut wieder ab, sieht mich Komm her, hau ab Er wird leider gemerci pocket Das heißt, unser Reaper kann wenig machen Unser Reaper chillt Einer hat mich zweimal gehittet Wo bist du? Ähm, wo seid ihr? Ihr seid alle Autos Leider Wir sind alle einzeln Oh, sehr schön Alter, Alter Alter Gute Kombo Ich würd gern Geräusche machen, wir nehmen ja auf, ne Was sind die Geräusche? Ey, er hat ja er sich verdient Komm, sowas muss ich mir geben Jetzt sehen die Leute es endlich Ja Einmal per Ey, Helix Raketen Wieviel machen Mercy gepockete Helix Raketen Mehr als 140 Ich glaube Also ich rate mal, die tun sehr doll weh Ey, wirklich Also deswegen, Mercy Damage Boost braucht auch ein Nerf Haben ja auch viele schon gesagt Schließe ich mich an Ja, ich auch Definitiv Ja, alles klar Ich bin gerade angekommen Und da ist die Soldier ult Nein Wer ultet mich? Ich schlafe Ich schlafe Oh mein Gott Kannst du das Fenster? Kannst du das Fenster? Kannst du das Fenster? Kannst du das Fenster? Danke, 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 danke Heilt mich nur, jetzt heilt ich dich extra nicht mehr Wir haben dich beide geheilt Ich habe euch das drunter gesagt Eeeeeeeh Eeeeeh 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 Schau wieder Ne, nicht am Drachen geschauben Ok, sehr schön Ähm Wirklich, ich will nicht mehr Ich hätte ein Soldier gehabt Ey, ich würde, ne Wirklich, es ist, ey Bist du woanders ins Wort? Ne, also wirklich Ne, ich, ich, ich Ich kann nicht mehr Das ist da, man Dritter One-Shot Ne, vierter Dritter von den One-Shot-Typen Dritter von den One-Shot-Typen Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir Ich weiß nicht Prime-Ult Habt ihr einer gesololotet? Jetzt ist er aber bei mir, erster hier Ok, face mich Also ok, ich spiele eigentlich gleich einen Hanzo Gleich wirklich, Hanzo ist so bad Hat er verdient Sonst würde ich lieber nicht begraben gehen Also sorry, falls ihr Hanzo-Spieler seid, löscht euch Wir wollen euch nicht Ja, ohne Natürlich Ey Oh, sehr schön Von dem von vorne oben, von dem Er zieht auch nur auf mich Der Wichser Er zieht auch nur auf mich Was hab ich ihm getan? Nein, 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 usern, 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 usern Habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn gefokust Danke schön Ja, ich hab den Tanker, die ersten haben dir vorbeigeschossen Komm nach vorne, komm nach vorne, komm nach vorne Ich konnte ihn nach vorne Das war meine letzte Hoffnung Ja Ja, halt das auch, bis ich wieder da bin Halt das einfach Ja Aber was heißt halten, einfach zurückgehen Kann man irgendwie sagen, zurückgehen? Ich komm von da Ähm Ich komm von da Ähm Ich komm von da Ähm Wo ist die Mauer? Wer ist hier noch? Ich bin lost Wo ist hier jemand? Da, endlich! Mein Wasser Oh, jetzt sehen wir Steven zu neuen Rank Du bist ja was für ein Rank? Warte, 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 warte Sag ich gleich Ja Ja Also trotzdem One-Shots sind kein Skill Alter Ja, natürlich Er sollte zwar gesehen, aber One-Shots löscht das Spiel Und? Äh, ne, um einmal aufgestiegen Ist doch okay Ja Mit 5-1 Ja, mal hin Ja Daher mit 3 Guck mal, jetzt sind wir auf dem gleichen Stand Ja, würde ich sagen, ne Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss